Willkommen zurück bei Wolfenstein. Wir sind jetzt hier im Endkampf glaube ich gegen unseren alten Genossen White in Roboter Montur quasi. Also gegen sein Gehirn quasi. Ich glaube ich muss hier den Knopf drücken. Ach schön, nur mit Messer. Oder haben wir noch was anderes? Nö, wir haben nur Messer. Auch schön. Wow Kumpel. Der hat unsere Waffe jetzt, der Penner. Ich habe gerade noch keinen wirklichen Dunst, was ich jetzt hier machen soll. Da können wir uns überall durchschneiden und hier haben wir Granaten. Ja, wir sind jetzt nichts, außer Granaten haben wir jetzt. Na gut, werfen wir einfach mal eine, die nichts bewirkt hat. Scheiße, was wollen wir jetzt machen? Na mal zwei Mal. Wir brauchen irgendwie den seine Waffe. Wow. Hilfe. Ah, jetzt aber leicht. Oder auch nicht. Du Arsch, spring doch nicht immer weg. Oh, scheiße. Ich muss mit ihm reden. Oh, deswegen habe ich jetzt keine Granaten mehr. Ich muss ihm gut zureden quasi. Oh, jedes Mal, Ratte. Jedes Mal springt er weg, wenn ich ihm eine Granate vorne platze. Ey, will er mich verarschen? Das war dumm. Ey. Hm. Ey, ich habe gleich keine Granaten mehr. Und das musst du wahrscheinlich auch wieder dreimal machen oder so. Das gibt es doch gar nicht. Aua. So, ich habe keine Granaten mehr, Jungs. Eine noch. Zureden. Pfft, zureden. Pfft, zureden. Sagen Sie, dass der Köpfen. Pfft, zureden. Eher. Eher Seite zu dir. Ach. Weil wo hat er denn jetzt auf einmal das Gewehr wieder her? Gerade eben hat er es nicht gehört. Aber sie machen mir keine ab. Tors Hammer ist mein Schild. Okay. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen Panzerglas haben. Hier können wir auf jeden Fall uns durchscheißen. Das machen wir auch gleich mal. Duck dich. Hier haben wir Munition. Oh, hier haben wir Waffen ohne Ende. Sehr schön. Alles mitnehmen. 300 Energie. Ups. So viel wollte ich jetzt auch nicht aufnehmen unbedingt. So. Und ich will es jetzt nicht so richtig. Wir müssen aber auf einmal erstmal sein Schild zurück machen. Frage ist nur wie. Kannst du dir vorstellen, mit der Tesla-Spule da oben irgendwie. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt einfach auf den drauf zu schießen, oder? Doch, es ist weg. Nimm doch die Waffe. Oh ja, er hat natürlich noch den Schweißer in der Hand. Birne. Ich glaube, das macht so wenig Sinn. Hä? Was ist das? Wieso kann ich ja nicht mehr laden? Dann kann er hier noch ein bisschen rumlaufen. Aua, aua, aua. Guck mal, hier geht es ja auch noch hoch. Wieso? Was, was, was? Ah, da schießt er durch. Ah, Rattenkopf. Ja, okay. Das war dumm. Ich kann mir vorstellen, irgendwie, dass wir da einen Generator oder so kaputt machen müssen. Irgendwie sowas in der Art. Na, jetzt haben wir wieder die ganze Energie eingesammelt. weiter, 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 laufladen. Ich weiß nicht, ob ich ja richtig bin, aber umsonst gibt es ja ja den Weg, nicht? Denke ich mal. Hat auch nicht so viel Energie. Guck mal, ah, guck mal an, wo wir jetzt hier sind. Ah, oder ja, hier, mhm. Boom. Genau, das sind ja die Blitzableiter quasi. Nö. Ja, das wissen wir bereits. So, jetzt haben wir natürlich noch extrem wenig Energie. Deswegen machen wir jetzt mal den. Mitnehmen, alles mitnehmen, da scheiße, da noch mal Energie rum. Oh, Schild, besser gesagt. Ah, das... Ah, okay. So wird das nicht. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal, was wir machen müssen. Die Analogie lasse ich jetzt mal gegen hier liegen. Ich glaube, wir müssen weg, weil da explodiert gleich was. Alles einsammeln. Und weiter, 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 weiter. Move, 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 move. Move, bitch. Huh. See. Bam. Ähm. Nur das ist mir bewusst. Nein, hab ich nicht. Wenn wir irgendwo vielleicht noch ein bisschen Rüstung rumliegen. Nee, haben wir nicht. Scheiße. Ah, jetzt ist er natürlich. Scheiße, hab ich ihn jetzt getroffen? Nee, ne? Scheiße, wieso ist er nicht... Wieso lädt er sich nicht auf? Oh, wie ich das hasse, ne? Mal klappt's, dann klappt's wieder nicht. Oh, das geht mir auf den Sack sowas. Ernsthaft. Einmal, da lädt er sich auf, dann lädt er sich wieder nicht auf. Oh, ist das ekelhaft, diese Logik. Oh, du hast frei. Oh, du hast frei. Ach, diese Scheiße. Die muss bloß in der Nähe sein. Da entlädt die meine Waffe. Wieso lädst du die Waffen nicht? Spitze wieder leer. Nee, doch nicht. Jetzt komischerweise nicht. Die Logik ist manchmal echt. So, jetzt kommen wir hier... Jetzt kommen wir hier gut durch. Sehr schön. Das war gut. Das war gut. Das war sehr gut. Nein. Nein. Move. Oh, er steht natürlich mitten in der Scheiße da drin. Alles mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So. Bastard. So, komm dir jetzt auf jeden Fall gleich mal dein Schild los. Tja, die war unermesslich, Kumpel. Tja, und nun... Machen wir mal ein Päuschen, weil... Wir werden uns jetzt dem Typ im nächsten Part dann endgültig widmen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Zeppelin schon mal runtergeworfen, runtergeholt, besser gesagt. Und dann wird es, denke ich, nächstes Mal der letzte Part werden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss. nis